Man hat Sonnenbad-Ausgang. Die beiden haben ja im Container das freigewordene Zimmer bezogen. Tina ist ja gestern mit Sam und Salo leider schon abgereist und da haben die jetzt ihr kleines Reich hier. Im Holzfach des Ofens, also der Ofen ist natürlich nicht im Betrieb, haben die hier ihre kleine Bude und hier ihre kleine Spielwiese, Toilettenbereich und Chill-Area. Aber da kommt ja so wenig Sonne hin. Darum ist man heute mal ein bisschen draußen unterwegs. Machst du gleich den Todessprung oder was? Die Trowel ist ja so gut. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. 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 Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo.